Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen ein neues Star Trek Spiel. Es ist ein Kartenspiel. Ich glaube, es kam jetzt auch erst am 23.04. raus. Und wir werden begrüßt von Kirk. Zur... Ja, guck mal. Eis, Herr. So, ich weiß nicht, ob man es jetzt gut hören konnte. Also, das Spiel kam jetzt erst neu raus. Und es startet auch gleich. Your turn. Ah, wir kämpfen gegen Kang. Ei, ei, ei. Ja, also, ich bin jetzt hier einfach reingegangen und werde hier gleich bombardiert. Your Information Flagship Hit Points. Ja. Wir haben vier Hit Points, oder was? Das sind die Karten, die wir auf der Hand haben. Klar. Special als Ultimate. Mann, oh Mann. Ich finde das echt cool, dass die noch so die Original-Töne aus den Serien verwenden. Also, uns wird erst mal das Spiel beigebracht. Also, diese Rubrik nenne ich jetzt einfach mal Angespielt oder Angezockt. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das weiterspielen werde. Ich habe jetzt schon ein paar Kartenspiele getestet. Zum Beispiel Gwent und noch ein anderes, was mir entfallen ist. Aber die haben mich irgendwie nicht so, ja, lang unterhalten. Aber hier haben wir Star Trek als Thema. Hallo. Das muss ich testen. Auch wenn so Kartenspiele nicht mein Ding sind. Machen wir jetzt einfach mal. Zack. Was soll ich jetzt mal rausschmeißen? Ja, was? Wenn ihr finischt, your turn. You can click the end turn button. If you're a possible movie button. Green. Okay. Wer ist denn die hübsche Frau? Anime turn. Hey. Live long and prosper. Achso, ich kann die Crews auf die Schiffe tun oder was? Steady as we go. I'm not a magician. Oh, das ist doch auch eine hübsche. Why don't you go chase last time? So, jetzt haben wir da. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Aber ich glaube, wir haben das Schiff gerade verbessert. Was kann ich jetzt machen? Achso, jetzt können wir den Feind angreifen. Okay. Echt? Das Shuttle macht jetzt hier dieses Klingonschiff platt? Na gut. Unser, unsere, ähm, was nennt man das hier? Verteidigung oder Rüstung oder... Unsere Hülle hat einen um einen verloren. Mehr können wir nicht machen. Barclay. All effects, Barclay, Schiffe, ah, cancelled. Ah, cancelled. Daton. Ja, kleine Katze. Was kann ich für dich tun? Ich würde eigentlich hier gerne nochmal was anderes ausspielen. Ich dachte gerade, das wäre die die Feind, aber es ist die wohl nicht. US Challenger. Hm, ja, gut. End turn. Enemy turn. Und er hat ein neues Schiff gelegt. So, wir haben... Ja, scheiß auf das Shuttle. This is Captain James Kirk of the USS Enterprise. Ja, habe ich schon gescheckt, dass du das bist, Kirk. Ja, ich soll jetzt mit dem Shuttle das Flaggschiff angreifen? Soll es echt sein? Was ist das da? Ist aber getarnt. Was du willst von mir? Das können wir nicht angreifen. Das greift er nicht an. Hm. Hm. Wo kommt das Schiff jetzt auf einmal her? Ja, Victory. Okay. Ich glaube, ich hatte gerade das nicht richtig verstanden. Welcome back, Captain. Ja. Da, 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 da. Unser Flaggschiff-Screen. Greatest Collection. Ja, ja, für Latino. Klar, Unlockung. Was ich auch gelesen habe über das Spiel ist schon mal gut. Es ist Free-to-Play. Wenn ich es noch nicht erwähnt habe, kann man sich bei Steam runterladen kostenlos. Sind auch, glaube ich, nur 3 bis 4 GB groß. Und bei anderen Free-to-Play-Spielen wird eigentlich schon gleich der Geldbeutel aufgehalten. Dann werden hier die irgendwelche Standardschiffe gezeigt, aber die Enterprise oder Coe zum Beispiel, die müsste man halt bezahlen. Oder lange grinden. Ach, du bist doch tot. Schwarzer Glibber hat dich gedötet. Okay, ein Deck darf 30 Karten haben. Ach, komm. Geh weg. Chakoti, mein Freund. Nee, wer will denn so ein Schiff? Gib mir alles anderes. Ist das jetzt die neue Enterprise? Ja, muss ich die markieren, oder? Ja, ja. Also, man muss sagen, die ballern ja ein regelrecht voll mit irgendwelchen Charakteren aus dem Star Trek-Universum. Aber ich hoffe mal, die Texte oder die Sprachausgaben, die die Kollegen hier mal sagen, sind nicht immer dieselben. Lass auch nicht wundern. Ich schlöffne aber nebenbei leckeren Cappuccino. So. Klingonen können wir mal wählen. Föderation. Mehr gibt's nicht. Also keine Ferengi oder Romulana, Remulana oder wie sie alle heißen. Keine Vulkania. Wobei ich ja hier so ein paar Klingonschiffe echt ganz cool fand. Außer die neuen. Das ist ein anderes Thema. Das ist doch jetzt nicht hier. NX-Klasse. War das das von Archer? Ich glaube, das muss von Archer das Schiff sein. Können wir was anderes wählen? Naja, das wählen wir nicht. Nee, nee, nee. Achso. Hier kommen schon die Währungen ins Spiel. Das heißt, was war jetzt, was? Das ist wahrscheinlich Latinum. Latinum. Quark, ihr mein Freund. Können wir uns nicht leisten. Können wir uns nicht leisten. Können wir nicht. Aber Latinum machen wir ein bisschen, aber nicht zu viel. Also wo kam diese Constellation-Klasse vor? Bei Star Trek Timelines hat man mit dem, glaube ich, angefangen. Das ist auch so ein Sammelspiel für, ich glaube, gibt es auch auf Steam. Ich habe es auf meinem Smartphone als, ja, spiele ich schon ein halbes Jahr. Aber, ja, die können oder versuchen echt einen, das Geld so aus der Tasche zu leiern. Ich meine, die Lizenz von Star Trek ist ja nicht billig, denke ich mal. Die wollen damit gut Geld verdienen, aber, man kann es auch übertreiben. So. Ach, diese Schüssel da. Diese Schüssel. Oh. Und wie sich das immer hier gedreht hat. Oh, ist das schön. Was ist das denn? Sieht aber fancy aus hier. Das Ding haben wir auch irgendwo mal gesehen. Ja. Ja, man, ich glaube, an diesem Schiff erkennt man, da lässt sich die, ja, das Design, ja, die, die haben sich echt Mühe gegeben. Ja, das ist noch, äh, nee, das habe ich nicht geflogen, oder? Es gab ja noch Star Trek Online. Also, ich habe ja, wie gesagt, ich gucke die Serien immer noch, oder ich gucke sie immer wieder durch. Ich hänge jetzt gerade bei Voyager. Ähm, Voyager habe ich damals nicht geguckt, als es noch im Fernsehen lief und ich jung war. Natürlich bin ich hier mit, richtig mit PK erst eingestiegen. Na gut. Dann haben wir erstmal hier die NX-Klasse. So, müssen wir mal Deck, was haben wir als Deck hier? Zeigen Sie mir. Maximum Power zu den Schilden. Maximum Power. Ah, du Deck, ah, 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 ich brüchte erst mal Karten, denke ich mal, ne? You can see, uh, Call of Collection, okay. I'm an Android. Ja, du bist ein Androide, Data, ist schon klar. Also, obwohl das natürlich Early Access ist, wäre es natürlich gleich natürlich sinnvoller, das Spiel auch auf verschiedenen Sprachen rauszubringen, aber es ist ja noch Early Access, die können auch viel machen. Ich bin nur langsam überlegen, ob ich erst mal das alles hier nochmal von vorne anfange, weil den ganzen Kram würde mich interessieren. for assigning me to this facility. I'm not a soldier anymore. I'm an engineer. Ah, so. So, das sind jetzt endlich alle oder was? Das ist doch jeder Darsteller, der hatte, warte mal, das ist doch der Cover aus dem Film. Hm, mit dem Borg, die Begegnung, nein, wie hieß der, verdammt. Das ist aber der Typ, der den Warp-Antrieb erfunden hat. Komm grad nicht auf den Namen. Ach, du Scheiße. Das ist doch seine eigene Serie, glaube ich, ne? Ist das nicht der Typ von Orville? Krass. Ah, die Verführerin. Ja, Cassidy. Das sind jetzt alle meine Karten oder was? Polaski, ja, du warst jetzt nicht so der Hit. Leffler. Ach, Leffler. Maquiswader. Was ist das, der Wönding? Dorian, Reconcruiser. Dann die hässliche Missgeburt von vorhin. Zella. So, das sind jetzt mal eine Karten oder was? Weil ich es richtig verstanden habe. Mit den Werten. Ist das ein Initiativwert? was ist das? Ach so, das sind die verschiedenen Stufen. Auch von den Menschen. Der Ding ist aber auch echt cool. Ja, was ist jetzt mein Deck? ich dachte jetzt, die kann ich replizieren oder mir irgendwie kaufen. Also mit dem Replikator kann ich irgendwie Karten herstellen, aber ach, Latinum. Harmonisch. Das ist jetzt mein Standard-Deck, oder was? Achso, hier sind die Decks, die man haben kann und das ist mein aktuelles Deck. Okay. Und wie komme ich jetzt an neue Karten? Das würde mich mal interessieren. Und kann man den mal... Ach, Gott sei Dank. Dieses komische Vieh möchte man doch ändern. Hm. Qual der Wahl. Was nehmen wir? Sieht aber komisch aus. Ich dachte, das wäre hier die Mutter von Troy, oder wie die hieß. Loxana! Loxana? Loxana. Loxana oder Läffler. Ach, nehmen wir mal Läffler. Wir bleiben bei Läffler. So, ich sage einfach mal ready und dann gucken wir mal, was passiert. Select-Deck. Ja, wir haben nur ein Deck. Oh, da muss man draufdrücken, oder was? Was sagt der Worf? Choose a Deck. Ja, mach ich doch. Make it sound. Captain. Hm, spielen wir jetzt gegen Menschen, oder? AI, okay. Gegen KI. Das ist mir auch erst mal lieber. medium, medium, medium. Borg. Also, es gibt hart und es gibt Borg, ja? Borg ist dann very hart, ja? Fangen wir mal mit Waika an. Waika hat wohl gar nichts drauf, jeder Freund, oder was? Na, nette Animation. So, Läffler gegen Waika. Warte, was ist das denn der für eine Büchse? Starting Hands. So, nehmen wir doch lieber den Hyrurgin. Der sieht doch ein bisschen... At the start you turn deal two damage to enemy Flaggschiff. Okay, wenn wir da starten, kriegt er zwei Schadenspunkte. Aha. Ja, aber ich bleib doch erst mal. Ach, komm. Achso, ich muss jetzt alle drei nehmen, oder was? Ja, muss ich die wegexen. Ah, dafür krieg ich eine neue. Und ich hab hier so ein tolles Shuttle, was... womit man halt, äh... Schiffe direkt angreifen kann. Ja, dann nehmen wir doch mal hier, äh, die NX-Klasse. Einmal... Hm? Achso, das N-Turn? What? Ich dachte... Enemy-Turn? Ah, nein! So, das haben wir sogar zwei von diesen Hyrurgin-Fightern. So. Ja, und kriegt er zwei Schadenspunkte jetzt, oder was? Hm. Dann pack mal Cassidy mit rein. Geht das? Geht das? Geht nicht. Ich kann nichts machen. Ich kann die Karte nur legen und dann Ende. Okay. Oh, oh, oh. Der McKee-Wider greift uns an. Ah, jetzt hat er das gemacht. Okay, jetzt hat er das Flaggschiff von Riker angegriffen. Was kann die denn schönes? Mhm. Die heben wir nochmal auf. Die kann gar nichts, oder was? Kann die vielleicht unser Schiff verstärken? Oh, ne, die kann Hilfe rufen. Das ist natürlich auch ein bajoranischer Fighter. Echt? Die Bajoraner hatten Feier. Fighter? Soll das ein Frachter sein? Die hatten Schiffe? Kann ich mich hier gar nicht dran erinnern. Die wurden darunter jocht von den Katarzyanern. Die konnten doch gar nichts. Entern. So, nochmal Key Raider ist Platz. Ach so, der greift immer. Der greift immer das Flaggschiff an. Das ist natürlich hervorragend. So. Ich möchte aber gerne noch ein weiteres Schiff spielen. Darf ich das? Darf ich nicht? Warum darf ich nicht? Ach so, weil wir wahrscheinlich nur eine bestimmte Energiepunktzahl haben. Mal darauf achten. Wir packen jetzt mal Polaski da auf dem bajoranischen Schiff. Ja, wir haben drei Energiepunkte verloren. Da kann ich sagen... Ach, wir können angreifen, oder? Boah, Shuttle des Grauens. Hat uns fast den Fighter kaputt gemacht. Ja gut, Entern. Erhöhen sich noch die Punkte? Nein. Ah, Phlox. So, Panzerung ist down und das Schiff ist weg. Okay. So, jetzt haben wir fünf Punkte da. Die werden immer höher. Das heißt, wir können jetzt endlich mal hier so ein Guardian von den Hyrurgenen. Zack. Jetzt hast du zu knabbern, mein Freund. Guck mal hier. Wer warst denn du, mein Freund? Kann ich mich nicht dran erinnern. Also, ich kann jetzt nichts mehr machen. Schade. Okay, Entern. Oh, noch ein Shuttle. Oh, der hat doch jetzt hier die Target Guardian. Komm, dich packe ich jetzt da mal rein. I accessed your data file. Dann haben wir noch fünf Punkte. Ah, ein rumulansisches Schiff. Und dann kommt jetzt erstmal mal ein Shuttle. Galileo von der USS Enterprise. Okay. Ach, dann haben wir so einen Hyrurgenen. So, und dann greifen wir mal das andere Shuttle an. Boah! Nein! Die haben unser Schiff weggeballert. Verdammt. Da hätte ich mal besser darauf achten sollen. Das heißt, wenn man angreift, schießt er auch mit zwei zurück. Ah! Toll, man kriegt hier Shuttle-Karten. Was soll ich damit? Können wir uns damit heilen? Geht das? Eime da. Können wir das Schiff direkt angreifen? Nein, wir müssen den davor eliminieren. Ganz schöner Verschleiß an Schiffen. So, haben wir noch Punkte. Ach, wir dürfen noch was aufstellen. Ah, komm. Der hat einen größeren Widerstand. Dann mehr Höhlenpunkte. Und dann machen wir Enter. Ah. Er packt die Missgeburt mit Wacken. Eieiei. Wacken macht drei Widerstand. Ja, dann wird es Zeit für die Romulanische Verstärkung. Eieiei. Ich will die Romulanische Verstärkung haben. So, der kommt aber erstmal nächste Runde. Verdammt. Ach, komm, greif mal an. Die Föderation bastelt schon neue Schiffe. So. Ich hoffe mal, er hat jetzt keine Schiffe mehr oder so. Das wäre mal schön. Da könnte mal Y-Card direkt angreifen. No. Sicher. Jetzt habe ich nichts zum reparieren oder so, ne? Ah. Naja, hauen wir alle kleinen raus. Komm. Was soll's? Was soll der Geiz? Zack. So, mehr Platz haben wir, glaube ich, gar nicht, ne? Geht das auch noch? Ne, also maximal vier Schiffe kriegen wir raus. So. Wenn wir jetzt den Vulkan ja angreifen. So. Jetzt kann er irgend... Ich hoffe mal, dass er jetzt mal kein Schiff rausbringt. Ich möchte Valka angreifen. Hm. So, jetzt hat der Typ da zwei Schiffe hingeballert. Also, die äh... Shuttle werden gleich nicht mehr da sein. So, wir greifen jetzt einfach mal. Was nervt ist denn... Was hat denn mehr? Hier. Das war doof. Da steht der immer noch. noch. Können wir den auch noch legen? Cool. Mir geben glaube ich, glaube ich nur die Karten aus. Ja, super. Der hat auf jeden Fall eindeutig bessere Karten. Your turn. Ja, toll. Eine Armee voller Shuttle oder was? Ist ja der Hammer. Das heißt, wenn ich gleich die Enterprise wieder angreife, dann kriege ich wieder eine doof. Die USS Enterprise. Vor allem, ich kann mit dem... Ach, das Schiff ist erst gekommen. Ja, komm. Legen wir dich auch raus. Achso, wir können den gar nicht verwunden, weil wir müssen über drei sein oder was? Den können wir nicht angreifen, oder den? Na gut. Was soll's? Wo tun sie denn Shuttle da? Achso, da kann er noch nicht gut entern. Oh, ich hab jetzt mal direkt einen Schaden passiert. Aber der steckt ja viel ein mit dem Schild. Der ist jetzt weg, aber der hat viel Schaden eingesteckt. So. Jetzt haben wir hier das nächste Shuttle. Ich weiß gar nicht, woher die ganzen Shuttle aus, welchen Filmen oder Serien die sind. ich weiß gar nicht, woher die Komm, mein romulanischer Freund. Kann ich nicht angreifen. Der ist bestimmt irgend so ein Sonderding, dass wir erst wahrscheinlich die Schiffe rechts und links angreifen können, bevor wir dieses komische Schiffchen da angreifen können. So, jetzt haben wir wieder nur vier Hülle. Das ist irgendwie nicht so toll. Weil die Enterprise nächste Runde definitiv drauf schießen, dann ist das hübsche romulanische Schiff weg. Achso, der kann noch gar nicht. Jetzt haben wir auch neun Punkte verschenkt. Ja. Jawoll. Da kriegt Löffler eine rein. Hallo. Ich brauche Schiffe und hier nicht. Was war das denn für ein Schiff hier? Ferengi, Quetscher. Ich glaube, bei Timelines war es nicht schlecht. Also es hat jetzt hier, was ist das für ein Wert? Initiative. Ja, ich kann den nur da hinpacken und das war's. Das heißt, der hat jetzt unsere Angriffsstärke erhöht, aber das Schiff ist gleich nichts zu runter weg. Es tut mir leid, Löffler. Es tut mir leid. Wow, ich krieg meine Karte. Juhu. Hm, hm, hm. Also natürlich die Hammer-Schiffe ever. Andorianisch. Das müsste, ich glaube, von der alten Enterprise sein. Ganz alten. Frau nickt, sagt ja, das ist unser Star Trek-Profi hier. Ja, die Schiffe sind gekommen, ich kann nichts machen. Kann man, wenn Valka schon so ein fettes Schiff hat. Hat Löffler nicht auch ein Schiff? Hm, was ist das denn? Achso. Toll. Kann entern. Ja, my turn. Das heißt, ich krieg jetzt wieder ein Schiff, das kann ich hinsetzen. Ach, mit diesem komischen, das ist Designer super Teil. Ähm, ja. Das heißt, das war's. Oh, ein Special. Oh, ich konnte ein Special machen. Verdammt. Ah, ich glaube, das ist von der Archer, das Schiff. Das Shuttle meine ich, Entschuldigung. Ähm, das ist auch von dem Schiff von Archer. Aber die bringen uns nichts. Oh, wir können, das ist natürlich praktisch. Wir kommen gleich und können jemanden auf die Nase hauen. Das Schlimme ist, wir können nichts einstecken. Achso, wir dürfen. Nur das nicht. Null Schaden ist super. Ja, komm. Ja, ich hoffe, Tja, sieht gut aus. Toll, jetzt haben wir ein klegonisches, schönes, großes Schiff. Das kann gut austeilen, muss aber erstmal einstecken. Weil wir können ja nicht mehr bewegen, das Ding. Specials? Haben wir da was? Ja. Viel Karpf kann ich gebrauchen. Das ist genau wie es... Ach, da steht noch. Der steht noch. Den haben sie nicht weggeballert. Das ist ja der Hammer. Ich dachte, den hätten sie gleich weggeschlagen. Ja, komm. Nächstes Klasse wieder. Ach so, hier bezahle ich wahrscheinlich die Specials, die ich viel zu spät entdeckt habe. Ja, ich habe ja kaum Karten. Packen wir den nochmal aus. Und passiert nichts. Wer stört mich am meisten? Nee, Mr. Vulkania. Nein! Ah! Es tut mir leid. Ich verstehe, glaube ich, das System irgendwie noch nicht so ganz. Ich hatte doch Stärke 9 und der hatte Verteidigung 5. Aber er hat mich trotzdem noch weggeballert. Ach so, ich hätte Verteidigung 4. Und der hatte Angriff auch 5. Ah! Das war's gerade. Kann ich die Karte spielen? So, vier Karten aus meinem Deck. Spielen kann ich jetzt eh keine mehr. Ja, was machen wir hiermit? Ich glaube, das Schiff lassen wir nochmal in Ruhe. Das war nicht das, was ich meinte. Das war das, was... Ach. 3, 3, äh, 5 Verteidigung, 3... Wenn der jetzt den angreift, ist es beide kaputt. Ach, komm, machen wir. Enemy turn. Waika, nimm das! Nimm den Schaden! So, noch mehr Verteidigung. Oh ja, komm, das machen wir. Na, komm. Hübsche Orion-Dame. Ach so, ich dachte, die gibt eine Verteidigung. Die hat nur einen auf Angriff gegeben. Ach ja, ich konnte sie, glaube ich, glaube ich, auch nicht auf Verteidigung setzen. Oh, bum, 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 bum. Warte mal noch hier. Ja, die Shuttle lasse ich mal liegen. Specials können wir uns nicht leisten, oder was? Ultimate, na gut. Next turn. Waika. Ich muss dazu noch mal sagen, Waika war einer mit der Gegner, die auf Easy eingestellt waren. Nur nur als Info. Ah, jetzt haben wir schon wieder diesen Pot. Kazon. Kazon Drop Carrier. Yeah. Ja, Truppentransporter. Aber, ähm, das heißt, ich habe Angriff 5, Verteidigung 6. Das heißt, ich angreife, macht er mich platt. Wir können den nochmal setzen. Der Linke kann nicht schießen. Das sind fast schon die letzten Karten, ne? Nein. Ah, dann verdammt, das nächste Runde. Gut, dann gebe ich den, den Diener, habe ich 7, dann könnte er den knacken. Wenn der Truppentransporter so lange überlebt. Also, ich habe schon verloren. Oder was? Anyway, du continue. Na, das war's schon. Ja, erste Runde und, ähm, total auf den Sack gekriegt. Tja, ich bin noch ein bisschen zwiegespalten. Also, es ist ein Early Access Spiel, es kam auch erst vor kurzem raus. Also, aussehen tut's ja ganz gut, soweit. Nette Soundeffekte sind dabei. Man erkennt die ganzen Spieler. Und auch die Hintergrundgeräusche erkennt man dann ganz klar. Ich hoffe, wie kann man sich auch einstellen, weil das ist von der ersten oder von Kirk, seiner Enterprise. Die hat mir, die Geräusche haben wir schon bei Bridge Crew so ein bisschen, sind so auf den Sack gegangen. Hätte mehr so die Geräusche von der Enterprise von, ja, PK. Genau, das war ein Hübscher. Also, wenn, wie gesagt, Wai-Kar schon easy ist. So, und wir nochmal gucken. Medium ist dann Chang oder Charan oder wer hieß. Neelix ist auch Medium. Also, ich möchte gar nicht wissen, was hier die, was, äh, hier Locutus, wie hart der ist. Da hast du ja überhaupt keine Chance. Gut, ich mache hier erstmal einen Cut. Kurz, also, diese Rubrik, wie gesagt, nennt sich erstmal angespielt, angetestet. Ähm, ich glaube, ich werde nochmal ein Match nochmal online bringen. Und dann mal gucken, äh, wie euch das gefällt. Also, wenn es euch gefällt, wenn ihr mehr sehen wollt, natürlich, ab in die Kommentare. Ein Abo wäre auch nicht schlecht. Ähm, ja. Ich würde dann nochmal eine Runde machen. Ich mache aber hier erstmal einen Cut, damit das Video nicht zu lange wird. Weil ich sehe schon, ach, 41 Minuten. Ähm, das, ja, dauert, ist auch ein bisschen zu lang. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.